Ich bin Huck, Huckleberry Finn. Mark Twain, ich schreibe Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl. Hucki, der Daffer ist da! Huckleberry Finn! Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die mitkriegen und ich glaube, alles zu verniedlichen und alles nur lustig zu machen, sondern was eben für uns wichtig war, auch dass man irgendwie, dass man klare Dinge halt eben nebeneinander setzt. Deswegen, dass der Vater halt eben schon eine dunkle Seele hat, die sich aber dann auch entwickelt mit der Zeit und dass auch der Huck anfängt zu verstehen, die Welt zu verstehen. Aus nochmal! Der Dampfer! Los, Feilung! Ich bin Ludwig der Siebzehnter. Ich bin Huck der Erste und mein Vater dem Allerletzten und meiner Mutter der Unbekannten. Es ist einfach Nervenkitzel pur. Es ist immer spannend, durchgängig eigentlich. Es ist berührend, es ist toll, es ist super. Es ist, ach, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach, muss man gesehen haben. Ich hab's gewusst. Huck!